Zu gut weiß ich, dass ich an diesem Hof verraten bin. Ich weiß, dass hundert Augen gedungen sind, mich zu bewachen. Vergiss nicht, Karl, dass ein Anschlag, den höhere Vernunft gebracht, auch zehntausendmal vereitelt, niemals aufgegeben werden darf. Hörst du? Ein schauendes Exempel wird die Irrenden bekehren. Dies blutgerecht soll ohne Beispiele sein. Sie wollten frei und einschicht sein. Unendlich wie ihre Liebe ist ihr Schmerz. Unendlich wie er ist auch der Ruhm, ihn zu besiegen. Armin, Armin, dir, so wadere ich mein Jahrhundert in die Schranken.